Willkommen zurück zu Let's Play Pequen, Park Nr. 17, wie ich gerade sehe und der Tag der Abrechnung mehr oder minder. Ich freue mich ja nicht wirklich drauf. Nicht so ganz. Also es sind ganz viele große, ne? Große, große Käfer sind da irgendwo. Ich muss es mir ganz kurz angucken. Ganz kurz gucken. Okay, da ist schon mal ein großer Käfer. Ich werde es versuchen mit den Bomben zu machen, weil ganz ehrlich, ne, ne. Nicht in der Position mit roten Pigment drauf. Sonst habe ich bald weniger Pigment in roter Farbe als gelb und blau. Das kann, könnte passieren eigentlich, ja. Bei meiner Spieler war es, war, wart und weise, ja, wart und weise. Pigment, hierher. Pigment, Bomben holen. Alle. Alle Bomben. Achso, das war's schon. Okay. Komm her. Also ich brauche drei Bomben für einen. So, ich gehe jetzt mal kurz so hin. Dann nehme ich hier kurz fünf oder sechs mit. Sieben sogar. Okay, auch gut. Ähm, dumm, dumm, dumm. Jetzt hoffe ich nur, dass die kleinen, kleinen Dings, Käfer wieder weg sind. Sonst sterben die sieben Pigment, die ich jetzt dabei habe hier. Bitte, 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 bitte. Die waren da links drum, ja. So. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Hier waren nämlich noch irgendwo Bomben, ne. Am Wasser unten, oder? Ah ja, genau. Sehr schön. Sehr gut. Hier auch noch ein bisschen was mitnehmen. So, oh, oh, oh. Oh, nice. Nice, 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 nice. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr viele Bomben. Da ist ein Dicker, der... Der nervt mich jetzt schon. Oh, sehr nice. Sehr nice. Okay, aufgesnackt. Auch gut. Da, nimm den auch noch. Pigment. Bam. Ja, ich weiß. Pigment-Opfer, aber... Geht nicht anders. Da ist es mir wirklich lieber, wenn ein... Oh Gott, ich bin ein... Ich bin ein... Ich bin ein... 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 Ein böser, böser Mensch. So, du kommst mit. Weil, es ist mir wirklich lieber, wenn ein Pigment gefressen wird und die Bombe trotzdem seine... Wirkung, also ihre Wirkung entfaltet. Anstatt, dass halt, ne... Ja. Die Bombe ihre Wirkung halt nicht entfalten kann und... Unnütz ist. So, kommt her. Bombe, machen wir so. Das ist sehr schlecht, wie ihr euch da angeordnet habt, meine Lieben. So, jetzt habe ich acht Stück. Acht Bomben. Sollte eigentlich reichen. Gegen zwei Fette noch. Gut. Ich werde hier auf... Wahrscheinlich noch zwei Tage brauchen. Allein schon wegen... Boah, diese Fetten, ne? So, schmeiße dich mal da hin. Vielleicht kannst du es von der... Ja! Du bist so awesome, kleiner Pigment. Du bist so gut. Snack und... Wirf! Oh, gut! Oh, wie gut! Das ist wirklich gut gerade. Die Bomben gefallen mir voll gut. Ah, da kommt einer! Da kommt einer! Da kommt einer an! Kommt der weiter? Zack! Und wirf, Pigment, wirf! Wie du noch nicht zuvor geworfen hast! Was? Genau. Ja, sehr gut. So, zwei weitere. Snacks hier auf, wenn du willst. Schaffst du eh nicht. Ah, Pigment! Pigment, lauf! Armour Pigment. So, jetzt mache ich noch so, damit die beiden da hinten was zum Staunen haben. Hier. Was zum Spielen! Bam! Eingetroffen. Schon okay. Sehr gut. Ähm... Kann man dich treffen? Kann man dich one-hippen? Nein, kann man nicht. Oh, wie der schmatzt, ne? Ja, komm. Schaff mal, das schaff mal. Bam, 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 bam! Jawohl! Nur ein Pigment-Opfer. Das war ja fast gut. Das ging überraschend gut, wie gesagt. So. Jetzt kann ich die gelben wieder wegpacken. Ich habe mir viel zu viele rausgeholt. Wo stehen denn die anderen? Ach, da hinten. Äh... Hahaha. Wie viel habe ich verloren? Vier, oder? Vier Stück habe ich jetzt, glaube ich, verloren. Was? Wie viel habe ich denn rausgeholt? Hä? Ich dachte, ich habe 15er Pigment. Ernsthaft? Don't do that. Hm. So, jetzt muss ich mal schauen. Hopp. Okay. Gelben Pigment rein. Ich hoffe, ich brauche die nicht mehr für den einen Schatz hinten. Deswegen nehme ich mir hier mal kurz. Ja, komm. Reich dicke, reich dicke. Obwohl. Ich muss schauen, dass die gelben Pigment alle drin sind. So. Was? Noch nie alle drin. Wo stehen denn jetzt? Fünf Pigment rum. Hä? Ey, was verpasst. Achso, ich habe 100. Ich bin für den Pötter. Okay. Ist gut. Gut. Voll verplant. So, ihr müsst mal den hier kurz aus dem Weg räumen. Zehn Pigment zumindest, oder? Genau, weil der legt sonst im Weg und die Pigment kommen nicht durch. Das wäre gar nicht mal so gut. So. Die liegen alle nicht im Weg. Da ist aber noch einer. Der lebt noch. Hüte die! Mach's einfach so. Komm. Alle drauf. Boom. Pigment. Pigment. Don't. So. Die würde ich auch noch gern abmurksen, wenn's irgendwie uns zunuckelt. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Mr. Sandman. Bring me a ring. Ja. So ist gut. So ist perfekt. So. Nein. Nein. Böse Pigment. Dann vorbeilaufen. Danke. Gut, dann brauchen wir hier ein paar. So, 16 hier. Hier immer noch 20. Ja, das waren schon mehr als 20, ich weiß. Oder? 24, okay. Der ist auch tot, gell? Der schaut so aus, als würde er gleich wieder aufwachen. Das macht mir voll Angst. Okay. Ähm, Pikmin? Lass uns bitte hier stehen. So. So. Kommt mit. Reichmühl 20. Ah, Moment. Ich bin nicht fertig. Lass mir bitte meine Vorbereitungszeit. Also, wie war das? Du schnaust ein und dann... Pikmin schmeißen, ne? Was? 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 Ich hab ein Pikmin geschmissen. Du, alles Sau. Wahnsinn. Oh. Gut, dass ich so viele Pikmin mitgenommen hab hier. Nein. Nein. Der eine Pikmin da unten, ne? Guck mal her. So. Ah, jetzt geht's auf den Hintern, Alter. Jetzt geht's auf den Hintern, aber voll. Ich weiß, das muss ich jetzt wahrscheinlich öfters machen, weil ich nicht so viele Pikmin dabei hab. Ah, zweimal reicht. Okay. Schade, 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 schade. Fast mit einmal geschafft. Aber hey. Ähm, Pikmin? Pikmin! Kommst du da raus, bitte? Nein, oder? Nicht im Ernst jetzt. Okay. Ach, der war da oben drauf. Was der fuck? So, machen wir's halt so. Ist auch okay. Kannst du ein bisschen rumlaufen? Dankeschön. Du tust auch so, als würdest du getötet werden wollen. Das macht auch irgendwie keinen Sinn. So. Perfekt. Perfekt. Iiii. Achso. Ich hab ein Bug. Was? Bug Spray? Was? Ein Bug Sprayet? Was? Keine Ahnung, wie man's ausspricht. Mein... Was? Mein Bug Sprayet? Was? Wenn ich dieses Teil anbringe, wird mein Schiff bestimmt etwas von seinem alten Glanz, von seiner alten Eleganz zurückgewinnen. Äh, ja. Achso, das ist die Spitze. Achso. Na, ich sag halt Spitze. Ist ja... Werner Umstandspolzen. Meine Güte. Ich wollte gerade eben sagen, von dem anderen Zeug ist noch gar nichts eingekommen. Schön. Wo ist der andere? Ha, komisch. Der Juden-Chat Nummer 2. In der Werbung prahlen sie erst so sparsam im Verbrauch, dass ihre Frau strahlen wird und das Haussegen gerade hängen bleibt. So ist es nicht wirklich. Schön. Ähm, Pikmin? Ah, ich need backup. Achso. Da ist er. Und, wo kommt der hin? Sieht man das? Ah, unten dran. Schön. Schön, schön, schön. Der Krümmungsreaktor. Der Reaktor wandelt die Permutationen des Raumzeitkontenums in pure Energie um. Er funktioniert im Prinzip wie ein riesiges Gummiband. Okay. Gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ähm. Also ich würde schon gerne einen dicken mitnehmen, aber wenn das nicht funktioniert. Ich habe genug rote, ne? Nein, 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 nein. Alle. Ihr wollt mich mobben, ne? Ihr wollt mich wirklich mobben, das. Nein, 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 nein. Mann, 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 Mann. So, alle dran. Danke. Äh. Kinder, ne. Pikmin KI ist echt was Grausames. Ist bestimmt irgend so ein satanistisches Schwein ausgedacht. Uh, ich mache mal eine Pikmin KI. Hahaha. Äh. Ach, hier könnte man sich auch rote machen, falls man keine roten mehr haben sollte. Whatever. Kann ja passieren. Wenn man seine 100 Pikmin irgendwie einfach mal, ähm, am Ende des Tages einfach mal entlässt oder so. Passiert ja in der Regel nicht. Hahaha. Eigentlich nicht, ne. Ja, komm. So. Ich weiß, die roten, aber ich habe gerade keine anderen dabei. Jetzt muss ich echt mal gucken, wie komme ich hier hoch? Ha. Ähm. Muss ich da Pikmin hochschmeißen? Ich weiß es nicht. Nee, die fallen runter. Äh. Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich da hoch? Da geht es auch nicht. Kann man auf der Karte irgendwas sehen? Ah ja, okay. Pikmin müssen da rumlaufen. Okay. Okay. Also hier rum. Ja. Trag es mal weg, bitte. Ich gehe mit dem guten Weg hier. So. 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 Okay. Ich denke mal nicht, dass es so gedacht ist. Okay. Will ich Pikmin da hochschmeißen oder nicht? Ähm. Was? Ich brauche hier gelbe. Ohne Mist. Ohne Scheiß und ohne Klump. Brauche ich wirklich gelbe? Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich brauche hier wirklich gelbe. Was ist denn los? Habe ich hier irgendwo noch Pikmin vergessen? Bestimmt. Überall. Nee. Gar nicht. Hä? Okay. Gut. Ja. Aber das ist ganz okay. Weil dann kann ich den gelben noch ein bisschen was vom Kuchen abgeben. Dann kriegen die immerhin noch ein bisschen was. Ähm. Damit ich nicht so viel pflücken muss, tue ich mal ein paar rote jetzt kurz raus. Und pflück mir dabei mal. Tschub, 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 tschub. Zap. Ich würde den jetzt echt gerne noch haben, den Schatz. Weil das wäre blöd, wenn ich wegen diesem einen Schatz nochmal rein müsste. Da. So, lass mich schon hin. Zap. So, wie viel tue ich jetzt da rein? Ähm. Alle. Ganz schwer. Das bitte, bevor die Roten ihr Zeug da gebracht haben, okay? Ja, ja. Oh. Verspannungskiller hier. Mann, 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 Mann. Was zur Hölle? Oh, Stuhl. Ernsthaft? Boah. Kennt ihr das Büro, weil Bürostühlen, dass die ganze Zeit irgendwas zwischen den Scheißreifen und drin hängt? Wah. Also das Spookspree. Ja. Ne? Das sogenannte Gesicht des Dolphins. Ich habe es selbst entworfen. Wunderschön. Muss ich schon sagen. Wunderschön. Ähm. So, wie viel kriege ich jetzt? 55. Sollte reichen. Schnell, 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 Big Man. Schnell, da. Dankeschön. So. Ähm. Wo muss ich lang? Da. Oh, wenn ich das jetzt noch schaffe, das wäre wunderschön. Das wäre echt gut. Das wäre gut. Die gelben kann ich hier vielleicht auch noch hochwerfen, kann das sein. Da brauche ich nicht so ganz komisch da langlaufen. Ja, mach mal so. Schleiß mal da ein paar Pippen. Zapp, 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 zapp. Ein paar ist gut gesagt, ich weiß, aber hey. So. Der Rest darf hier abtransportieren. Zapp, 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 zapp. So. Sollte reichen. Nein, hilf doch mit. Naja, egal. So, jetzt erstmal hier. War das richtig? Da ist auch ein Pigment. Nein, das war nicht richtig. Äh. Ich muss auf die Ebene, okay. Dumm, 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 dumm. Und wenn ich mich so anstelle, dann wird das nichts mehr. Ich glaube, das wird auch nichts mehr wegen dem abtransportieren. Ah, kacke. So, ich brauche die Pigment hier oben. Okay. Okay. Schmeiß ich die erstmal hier hoch. Dumm, 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 dumm. Ja, ich habe einen Ombom, ich weiß. Äh. Komm, komm, komm. Ich brauche niemals so viele. Niemals. Komm, jetzt muss ich nochmal rumlaufen. Ja. Wie dumm. So, na komm. Schnell, schnell, schnell. Oli, mal renn schneller. Je nachdem, wie die Pigmen jetzt abtransportieren. Uh, schnell. Schnell. Ja, was? Meine UV-Lampe. Was? Das Problem mit diesem Gerät besteht darin, dass das Licht manchmal zu grell ist. Jedes Mal, bevor ich in das Licht schaue, muss ich meinen Sonnenschutz wie so. Was? Meine Sonnenschutz wie so nette aufsetzen. Nennt sich auch Sonnenbrille, aber danke. Was? Wie, was, was, was? Wie komme ich denn hier hoch? Ach so. Geht das? Ich wollte sagen, die fliegen gar nicht so hoch. Ah, jetzt so. Bitte, bitte, bitte. Lass es genug sein. Bitte. Nein, es fällt ja auch noch runter. Och, Pigmen, ernsthaft? Das ist das... Boah, diese KI, ne? Wow. KI und Gameplay geht... Boah. Die geht hier echt Hand in Hand. Bullshit. Geht hier echt den Fahrt des Bullshit entlang. Das ist... Das heißt gleich wieder, Vorsicht. Zehn Sekunden. Ich werde euch alle töten. So, Cursor geht hoch. Dankeschön. Dankeschön. Ihr da unten? Tut mir leid. Was? Wie tragt denn ihr das rum? Mach mal... Mach keinen Scheiß. Ja, ne? Ihr kennt's mein Prinzip. Pigmen. Wie viel sind denn das da unten? Ein verschissener Pigmen ist da runtergefallen. Ich glaub, es hackt. Reiß ich mir ein bestimmtes Bein aus und hilf dem. Bestimmt. Ganz bestimmt. So. Hier noch ein bisschen. Die erstmal alle einsammeln. Wie viel sind denn das? Das müssten jetzt mit den Pigmen, die dran sind, 99 sein, ne? So. Schicken wir die alle zurück. Ein schöner Abschluss. Oh, wunderschön. Nur zwei... Zwei Tage hab ich noch gebraucht. Zwei kleine Tage. Das ist... Wow. Freut mich. Das freut mich wirklich. Pigmen. Bitte. Ein bisschen schneller. So, ziehen wir's ja gleich. Wenn es noch 24 draußen sind, ist es wirklich nur ein Pigmen und zwei. Ne, drei. Drei sogar. Die armen drei Pigmen werden sterben. Also, da steht noch ein roter. Ah, es sind tatsächlich zwei. Die da stehen. Okay. Zwei gelbe, ein roter werden sterben. Blof. Für sie. Arme Pigmen. Und? Ne? Diese praktische Lampe verschafft Urlaubsbräune. Okay. Verbessert aber nicht den Status meines Dolphins. Ich bezweifle, dass mich das bei meiner Flucht von diesem Landeten beizubringt. Vielleicht gibt es noch mehr solche Teile. Hm. Ha, geil. Ich habe 29 von 30 Teilen gefunden. Die Leistung meines Dolphins wurde erhöht. Nun kann ich auch weiter entfernte Gebiete besuchen. Geil. Geil, 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 geil. Also, eigentlich ist er jetzt schon wunderschön. Ne? Eigentlich. Aber jetzt kommt noch das schlimmste Gebiet. Oh Gott. Ich habe euch lieb. Und tschüss. Oh, jetzt kommt das schlimmste Gebiet im Spiel. Das mag ich aber gar nicht. Da kommen wir auch zum Endboss du spielst. Hm. Also zum richtigen Endboss. Ja. Ist halt, ist wirklich ein richtiger Boss. Sollen wir mal zum Sonnenuntergang. Ja. Genau. Der ist gar nicht mal so cool. Ich werde ein Pikmin-Genozid verursachen, sage ich mal. Hm. Gar nicht cool. Eigentlich nicht. Naja. Egal. Na komm. Achso, ich kann ja überspringen. Stimmt. Da war was. Hahaha. Da war ja was. 17 Tage seit Aufprall. Ein einziges Teil fehlt noch. Da ich 29 Teile gefunden habe, ist die Rechnung sehr einfach. Es läuft fast wieder vollständig intakt. In den Tiefen des Waldes unter mir sehe ich eine Region, in der ich das letzte Teil vermute. Dies ist ganz klar mein letzter Versuch. Mein Lebenserhaltungssystem wird in 13 Tagen versagen. Aber nur Mut. Ja. Aber nur Mut. So. Ah. Schön. Schön, 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 schön. Na ja, immerhin. Alle ein bisschen gestiegen. Passt schon. Yay. Ja. Speichern. Wunder schon. Ein einziges Teil fehlt noch. Ah. Und das ist da oben, auf dieser Insel da. Der letzte Versuch. Ah, ich krieg gern so raus, wenn ich dran denke. Boah. Ist nicht wirklich so mein Lieblingsgebiet. Aber mein gar nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, Gedankstuchung. Und beim nächsten Mal dann, wie gesagt, das erste Mal in dieses Gebiet. Wahrscheinlich nervlich auch das letzte Mal. Na ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Gabber. Ciao, ciao.